Nachdenkseiten Die kritische Website Bürgerrat Ernährung Das System der simulierten Bürgerbeteiligung Ein Artikel von Rainer Balzerowiak Im sogenannten Bürgerrat Ernährung werden demnächst 160 mehr oder weniger zufällig ausgewählte, ganz normale Bürger ihre Empfehlungen zum Thema abgeben dürfen. Und damit das auch alles im Sinne der Regierung läuft, wird der Bürgerrat engmaschig betreut und eingehegt. Stiftungen, auf Bürgerbeteiligung spezialisierte Unternehmen, die Lobbys und Thinktanks sind natürlich mit an Bord. Das ist bestenfalls eine Simulation für Bürgerbeteiligung, meint unser Autor. Am 21. September war es soweit. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD griff dreimal in eine Lostrommel mit den Ziffern 0 bis 9. Und heraus kam schließlich die 187. Und da waren sie. Die 160 Teilnehmer des ersten vom Bundestag offiziell eingesetzten Bürgerrates. Der soll sich ab dem 29. September unter dem Motto Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben mit Fragen wie Tierwohl, Nachhaltigkeit, Besteuerung, Transparenz, Ernährungsbildung, Abfallvermeidung und Regulierungsmöglichkeiten beschäftigen. Am 29. Februar 2024 soll der Bürgerrat dann ein sogenanntes Bürgergutachten mit Empfehlungen vorliegen, die in den zuständigen Bundestagsausschüssen beraten werden sollen. Mehr aber auch nicht. Denn am Ende entscheiden und verantworten die Abgeordneten, welche Empfehlungen umgesetzt werden, stellte Bass klar. Vorsorglich hat man für diesen Pilotversuch zwar ein durchaus interessantes Thema ausgewählt, das aber bei Weitem nicht das Emotionalisierungspotenzial und die gesamtpolitische Relevanz von Fragen wie Migration, Waffenlieferungen oder Heizwände aufweist. Die Idee für derartige Bürgerräte ist nicht neu und sie wurde auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung verankert. Im Mai 2023 wurde schließlich mit den Stimmen der Koalition und der Linken die Einsetzung des ersten Bürgerrates zu dem oben genannten Thema beschlossen. Danach ging alles ganz schnell. Zunächst wurde anhand eines Quotensystems, das unter anderem Gemeindegröße und Bundesländerproporz umfasste, 84 Städte und Gemeinden ausgewählt. Dann erhielten 20.000 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger aus diesen Gemeinden eine Einladung zur Teilnahme an dem Bürgerrat. Gut 2.000 zeigten daran Interesse. Die wurden dann ziemlich penibel kategorisiert. Nach Bundesland, Gemeindegröße des Wohnortes, Alter, Geschlecht, höchster Bildungsabschluss und Einstellung zu einer themenbezogenen Frage. Letzteres diente dazu, etwa einer Über- oder Unterrepräsentanz von Vegetariern und Veganern zu vermeiden. Aus diesen Daten stellte ein Algorithmus dann tausend mögliche Zusammensetzungen des Bürgerrates zusammen, die den jeweiligen Anteilen an der Gesamtbevölkerung entsprechen sollten. Und eine dieser Zusammensetzungen hat Bass dann aus der Trommel gezogen. Für Bass ist das eine ganz große Nummer. Auf diesem Weg könne man eine Entfremdung von Bürgern und Politik entgegenwirken und zur Versachlichung kontroverser Debatten beitragen. Denn man brauche frische Ansätze, um das Vertrauen in die Demokratie und die Institutionen zu stärken, Rückkopplung mit den Menschen und wolle Brücken bauen. Denn viele Abgeordnete würden die Meinung der schweigenden Mitte oft nicht kennen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Natürlich kann angesichts des engmaschigen Auswahlsystems wohl kaum von einem Zufallsprinzip oder gar einer Bürgerlotterie gesprochen werden. Im Gegenteil. Die nunmehr Hand- bzw. KI-verlesene Teilnehmerschar wird von einem sehr imposanten Apparat betreut und gelenkt. Der Bundestag hat dafür eine eigene Stabsstelle und einen wissenschaftlichen Beirat eingerichtet, dessen Mitglieder entweder im Konsens oder im Proporzverfahren von den Bundestagsfraktionen bestimmt werden. Doch das ist noch nicht alles. Denn zusätzlich wurde eine Art Konsortium aus drei Beratungsfirmen Nexus, IFUG, Institut für partizipatives Gestalten IPG, einer Event-Agentur namens Event & Regie, einer Kommunikationsagentur der Monte & Vogt GmbH und dem Verein Mehr Demokratie e.V., der ebenfalls seit Jahren mit öffentlich bezahlten Bürgerbeteiligungsgeschäften aktiv ist, beauftragt. Kooperationspartner ist auch eine US-amerikanische Stiftung. Die Sortition Foundation. Zu den Aufgaben dieser Armada gehören unter anderem die Strukturierung der Arbeit des Bürgerrates und die Bereitstellung professioneller Moderatoren. Jedenfalls will man absolut nichts dem Zufall überlassen. Der vom Bundestag eingesetzte Beirat soll die externen Dienstleister bei der Zusammensetzung des Pools von Experten sowie der Gestaltung des Prozessdesigns, also Struktur und Operationalisierung der Fragestellung, beraten. Vertreter der relevanten Verbände und Institutionen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden vor Beginn der Beratungen des Bürgerrates zu einem offenen Anhörungsverfahren eingeladen. Nicht vorgesehen ist dagegen, dass der Bürgerrat auch selber Experten benennen kann. Das sei vor allem aus Zeitgründen kaum möglich, hieß es auf Nachfrage bei Mehr Demokratie e.V. Ganz billig ist diese Demokratie burleske allerdings nicht. Die Pressestelle des Bundestages erklärte auf Anfrage, die Kosten könnten derzeit nur grob eingeschätzt werden, da es noch zu treffende Entscheidungen gäbe. Im Bundeshaushalt 2023 stehen dafür bislang 3 Millionen Euro zur Verfügung. Doch das wird wohl kaum reichen. Kostenbewusst ist man aber bei den 160 Bürgerstatisten. Die Teilnehmer erhalten eine Aufwandspauschale von 100 Euro pro Sitzung in Präsenz, also insgesamt 3, und 50 Euro pro Sitzung in digitaler Form. Insgesamt 6 zuzüglich eventuell anfallender Reisespesen, Kinderbetreuungskosten und Ähnliches. Testläufe mit privater Finanzierung Natürlich werden sich die Politikprofis aus Regierung und Parlament nach Abgabe des Bürgergutachtens und der Empfehlungen artig bei den engagierten Bürgern bedanken und eine sorgfältige Prüfung der eingegangenen Vorschläge versprechen. Danach muss aber auch mal gut sein. Und dann bestimmen wieder Parteistrategen und Lobbygruppen nebst deren Experten die Debatte um mögliche Gesetzesnovellen rund um die Ernährungspolitik. Und die Stabstelle Bürgerrat kann sich nach dem erfolgreichen Auftakt dann dem nächsten Projekt dieser Art widmen. Es gab für diese Veranstaltung im Jahr 2021 bereits zwei Blaupausen, den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt und den Bürgerrat Klima, die nach einem ähnlichen Schema abliefen, aber ohne öffentlichen Auftrag arbeiteten. Sie wurden von zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert und finanzierten sich ausschließlich mit Spenden und Zuwendungen von Stiftungen, wie die Initiatoren damals schrieben. Mit dem Boot saßen unter anderem die Open Society Foundation von George Soros, die Robert Bosch, Volkswagen, Zeit und Mercator Stiftung, aber auch die Wettbude Deutsche Postcode Lotterie. Die Durchführung oblag genau jenen drei Beratungsfirmen, die jetzt auch für den Bürgerrat Ernährung tätig sind. Nexus, IFOG und IPG sowie dem Verein Mehr Demokratie e.V., der für seine Mitwirkung beim Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt laut seinem Finanzbericht 2021 knapp 1,5 Millionen Euro kassierte. Ferner gab es in den vergangenen Jahren noch diverse, etwas weniger aufwendige Bürgerräte auf kommunaler Ebene. Ein erneuter Bürgerrat Klima ist inzwischen auch die zentrale Forderung der Klimakommandos von der letzten Generation, um der orientierungslosen Bundesregierung zu helfen, endlich die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, erklärte Ersprecher Theo Schnarr vor einigen Tagen bei Markus Lanz im ZDF. Das sei jetzt wichtiger als die Forderung nach Sofortmaßnahmen wie Tempolimit auf Autobahnen und 9-Euro-Ticket, die die letzte Generation bislang zur Bedingung für die Beendigung ihrer Aktionen gemacht hatte. Partizipation als neoliberales Konzept Doch eigentlich ist das alles längst kalter Kaffee und lediglich eine neue Variante der seit Jahrzehnten virulenten Partizipationskultur, die man wohl eher als simulierte Bürgerbeteiligung bezeichnen sollte. So gab es schon in den 1970er Jahren Bürgerforen, Bürgerdialoge und Mediationsverfahren, etwa zur Atomenergie oder zu lokalen Bauvorhaben, die vor allem das Ziel hatten, staatliches Handeln zu legitimieren und Proteste außerhalb dieser kontrollierten Formate zu delegitimieren. Die Forderung nach Bürgerräten mit einem am besten zufällig ausgewählten Teilnehmerkreis ist schon lange fester Bestandteil mehr oder weniger diffuser Demokratie- und Umweltbewegungen. Und drumherum hat sich zudem ein lukratives Geschäftsfeld für darauf spezialisierte Unternehmen entwickelt. Später wurden sogar Volksentscheide auf kommunaler und auf Landesebene eingeführt, die dann bei Bedarf entweder für unzulässig erklärt oder ignoriert wurden. Wie zuletzt in Berlin beim erfolgreichen Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Immobilien- und Wohnungskonzerne. Sogar nach langen Auseinandersetzungen erstrittene, gesetzlich verankerte Beteiligungs- und Klagerechte werden einfach ratzfatz gekippt, wenn es ans Eingemachte geht. Wie aktuell bei den Genehmigungsverfahren für die LNG-Terminals, für die auch noch das Umweltrecht teilweise außer Kraft gesetzt wurde. In neoliberalen Thinktanks ist die Nützlichkeit dieser sogenannten Partizipationsformate mittlerweile Common Sense. So gab die 2015 von der Bertelsmann Stiftung initiierte Allianz vielfältige Demokratie. Zögerlichen Politikern und Verwaltungen umfassende Anleitungen für breite Bürgerbeteiligung zu Hand, denn gut gemachte Bürgerbeteiligung stärkt das Vertrauen in die repräsentativen Institutionen, heißt es da. Dabei müsste den Bürgern stets der Eindruck vermittelt werden, dass ein fairer und gleichberechtigter Dialog auf Augenhöhe stattfindet. Mit Beteiligungsformaten könne man für das politische System werben. Bereits 2013 beschrieb der Kultursoziologe Thomas Wagner in seinem sehr lesenswerten Buch die Mitmachfalle Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument präzise die Mechanismen der modernen Partizipationsformate. Den jeweiligen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen definieren stets staatliche Stellen, von ihnen finanzierte zivilgesellschaftliche Gruppen oder von großen Unternehmen gegründete Stiftungen. Dadurch wird die Richtung des jeweiligen Dialogs vorgegeben und eine konfrontative Strategie weitgehend ausgeschlossen. Hauptziel bleibt die Legitimierung der eigenen Politik, wobei Kritiker an Beteiligungsformaten zu wichtigen Ressourcen werden, um das eigene Handeln besser zu verpacken, etwa als fairen Kompromiss. Sollte diesmal nicht so richtig klappen, liegt am Ende die alleinige Entscheidungsgewalt ohnehin stets bei den staatlichen Stellen. Die Mechanismen haben sich seitdem verfeinert. Die sogenannte Mitmachfalle wurde umfassend professionalisiert und institutionalisiert. Der jetzt initiierte Bürgerrat Ernährung ist dafür ein sehr anschauliches Beispiel. Man sollte ihn leicht amüsiert zur Kenntnis nehmen und sich ansonsten an die alte Losung erinnern. Uns aus dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.